It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under It's like a jungle sometimes, it makes me wonder how I keep from going under Nelson Mandela Kennt man üblicherweise als ein führender südafrikanischer Aktivist und Politiker in den Jahrzehnten andauernden Widerstand gegen das Weisse Regime Ein Wegbereiter zur Abschaffung der Apartheid Für viele Menschen weltweit ein politisches und moralisches Vorbild Nobelpreisträger und erster schwarzer Präsident Südafrikas Die Tatsache, dass Südafrika zu den Zeiten der Apartheid der mit Abstand sicherste Ort für schwarze Menschen auf dem gesamten Kontinent war entspricht nicht dem heutigen Narrativ Nun, bevor wir beginnen, sollte klargestellt werden, dass die Apartheid ein Gesellschaftssystem ist welches auf Diskriminierung und Rassentrennung beruht und deshalb abzulehnen ist auch, dass mit diesem Beitrag nicht Nelson Mandela für die Zukunft Südafrikas verantwortlich gemacht werden soll Die berechtigte Frage lautet also, ob Mandela all diese Preise wirklich verdient hat ob es beim Machtwechsel wirklich um die soziale Gleichheit ging und ob man diesen Übergang wirklich als friedlich bezeichnen kann Denn eigentlich wurde in Südafrika außer der Abschaffung der Apartheid gar nichts erreicht Ganz im Gegenteil, es wurde schlimmer Südafrika ist inzwischen eines der korruptesten Länder mit einer der höchsten Kriminalitätsraten und grösster sozialer Ungleichheit weltweit Nach nur 8 Jahren des Regime Change war die Kriminalität so stark angestiegen dass der Staat keine Kriminalitätsstatistiken mehr veröffentlichen wollte um das Ansehen der Regierung nicht zu schaden In den 40 Jahren der Apartheid gab es 20.000 Morde zu beklagen also im Durchschnitt 500 pro Jahr Wenn man die ersten 20 Jahre ab Nelson Mandelas Machtübernahme vergleicht waren es im Durchschnitt über 15.000 pro Jahr Früher waren es Weiße, die Schwarze unterdrückten Heute sind es Schwarze, die Weiße und Schwarze unterdrücken Ein Weisses, Schlimmes Regime wurde also durch ein Schwarzes, Schlimmes Regime ausgetauscht Um zu verstehen, was in Südafrika passiert ist, müssen wir an den Anfängen zurück Als 1652 die ersten niederländischen Pioniere, die sogenannten Buren, südafrikanischen Boden betraten hatten sie weder den Wunsch noch die Absicht anderer Völker zu unterwerfen und ihnen ihr Hab und Gut wegzunehmen Sie taten dies mit der Absicht, eine Versorgungsstation für ihre Schiffe zu errichten um Reichtümer des Ostens über das Kap herum nach Europa zu bringen Wie das Wort Buren, holländisch für Bauern, schon sagt holten sie sich auch keine Sklaven, sondern fingen an mit ihren eigenen Händen das fast menschenleere Land zu bestellen und urbar zu machen Abgesehen von kleinen, anderer afrikanischen Stämme verdrängter Nomadengruppen mit denen sie auch friedlich Handel trieben, trafen sie erst über 100 Jahre später etwa 1000 Kilometer entfernt auf die ersten sesshaften schwarzen Stämme Nach mehreren Grenzkriegen einigte man sich schließlich und überließ sich die Gebiete Die bemerkenswerten technischen Errungenschaften der holländischen Pioniere brachten mit sich dass immer mehr Schwarze in die Gebiete der Buren zogen, um dort Arbeit, Sicherheit und medizinische Versorgung zu finden Südafrika zog viele verschiedene afrikanische Stämme an Circa 150 Jahre später, 1795, kamen die Engländer, die sich auf ihr Vorrecht am Kap beriefen Mit der Begründung, dass sie bereits 1620 eine kleine Siedlung gegründet hatten, die aber nur von kurzer Dauer war Da zu dieser Zeit in Europa Frankreich die Niederlande eroberte, war dies der Anlass für die Briten Südafrika zu erobern damit dieses Land nicht auch noch in den Händen der Franzosen geriet Im südafrikanischen Gebiet war auch der afrikanische Stamm der Bantus auf einem der grössten Eroberungsfeldzügen in der Geschichte der Menschheit unterwegs bei dem alle Stämme, die sich gegen die Bantus stellten, ausgelöscht wurden und Millionen Leben kostete Die Holländer mussten sich nach mehreren Kriegen gegen die Briten ergeben und gliederten sich ein Sie gewannen das Land und gründeten 1910 die Südafrikanische Union Das getrennte Leben der Rassen wurde immer mehr zu Gepflogenheit, bevor es dann später zum Gesetz wurde Da Südafrika aus einer Palette von Völkern und Kulturen bestand, mit Menschen, die direkt aus der Steinzeit kamen oder mit Stämmen, die noch Nomaden waren, beanspruchten die Weissen in der Minderheit das Wahlrecht nur für sich 1912 wurde der African National Congress gegründet, abgekürzt ANC Eine Partei, die gegen die Weisse Herrschaft kämpfte Ein wenig später mit Unterstützung Moskaus auch die kommunistische Partei KPSA mit denselben Zielen Der Kampf um die Frage, wem das Land gehören soll, ging weiter Ende 1920 kam die grosse Depression Auch Weisse hatten von nun an mit der Armut zu kämpfen 1930 wuchs die Ideologie des Nationalsozialismus 1948 kam die Nationale Partei an die Macht und die Apartheid, was getrennt bedeutet, wurde zum Gesetz Eine rassenbasierte, diskriminierende Ideologie, die Weisse bevorzugte und andere Rassen benachteiligte Mit der Begründung, dass die Trennung der beste Weg zur Lösung der Problemen sei, wurde sie gerechtfertigt Es sollte sich wie gesagt von selbst verstehen, dass diese Ideologie abzulehnen ist Aber um dieses Thema sollte es in diesem Beitrag nicht gehen Es sollte uns nicht davon abhalten, die Geschehnisse objektiver zu betrachten, als so wie sie uns medial vermittelt wurden Es ist interessant, dass die Schwarzen in Südafrika mehr Häuser, Autos und Geschäfte besaßen und einen unvergleichbar höheren Lebensstandard hatten, als die Schwarzen in anderen Regionen des afrikanischen Kontinents Ihre Löhne waren drei bis viermal höher als im restlichen Afrika Dies war auch einer der Hauptgründe, weshalb in jedem Jahr viele tausende Schwarze aus den Nachbarländern versuchten, nach Südafrika einzuwandern Auf tausend Menschen kamen in Südafrika 1,4 Polizisten Im Gegensatz dazu waren es 2,2 Polizisten in Großbritannien, 3,5 in Israel, 4,3 in New York und 10 in Moskau Die große Masse der schwarzen Bevölkerung Südafrikas hatten an den Unruhen und Aufständen vor Mandelas Machtübernahme keinen Anteil Die schwarzafrikanische Partei in Qatar Freedom war eine antikommunistische Partei, die während der Apartheid, anders als der ANC oder der KPSA die versuchten, das weisse Regime zu stürzen, punktuell die Zusammenarbeit mit der weissen Regierung suchten Diese entgegenstehende Positionen unter Schwarzen führten unter anderem auch zu mehreren Übergriffen und Kämpfen zwischen beiden Seiten Die meisten rassistische Kämpfe in Südafrika reinigten sich zwischen schwarzen Stämme mit bis zu 100 Toten Die Feindschaft unter den unterschiedlichen afrikanischen Stämmen war lange Zeit deutlich ausgeprägter als die zwischen Schwarzen und Weissen Die Weissen subventionierten Unterbringung, medizinische Versorgung, Transportmittel und die Schulen der Schwarzen Weisse mit einem Einkommen von über 30.000 Dollar pro Jahr zahlten 50% Steuern 5 Millionen Weisse, die ein Viertel der Bevölkerung ausmachten, trugen 80% der gesamten Steuerlast Da 70% des Landes unbewohnt ist, wurden den Schwarzen 50% der bewohnbaren Landmasse zugeteilt und 14% der gesamten In einigen Homelands der Schwarzen wurde zuerst Eigenverantwortung und später völlige staatliche Unabhängigkeit gewährt Südafrika war eines der wenigsten Länder auf der Welt, die in seiner Nahrungsmittelproduktion autark war und erzeugte über 50% der elektrischen Energie in ganz Afrika Die schwarze Kindersterblichkeitsrate war 80% niedriger als im Resten des afrikanischen Kontinents Es gab mehr schwarze Frauen in gehobenen Berufen, war das einzige Land auf dem Kontinent, welche eine schwarze Mittelklasse besaß und beschäftigte 60-80% der Lehrer und Ärzte auf dem Kontinent Die Gewalttätigkeiten und Terrorakte des ANC wurden einer ahnungslosen Weltöffentlichkeit als die verzweifelten Schritte einer Partei vorgestellt, die keinen anderen Ausweg aus der Unterdrückung mehr sahen Die Führer des ANC wurden von hohen westlichen Regierungsvertretern in einer Weise empfangen als habe es sich um eine pro-westliche Exilregierung gehandelt, die von den schwarzen Massen Südafrikas sehnsüchtig als Befreierin erwartet wurde und deshalb die Unterstützung des Westens verdiente Anfänglich handelte es sich beim ANC in der Tat um einen lockeren Zusammenschluss, der einen friedlichen Widerstand leistete Doch der ANC verschmolz immer mehr mit der kommunistischen Partei und übernahm deren Ideologie Kommunistische Aktivitäten und Parteien wurden daraufhin verboten Die KPSA 1953 und der ANC 1960 Sie waren Terrororganisationen, welche die gleiche Radikalität und dieselben Methoden wie der uns bekannte RAF in Deutschland oder der Roten Brigaden in Italien benutzte Gewalt, Ausrufe zu Massenmord und Bombenanschläge an öffentlichen Plätzen wurden zum wesentlichen Teil ihrer Überzeugung Die Tatsache, dass unschuldige Menschen um ihr Leben kamen, seien sie als Teil der Opferung für die Revolution Nelson Mandela, der bereits seit 1944 bei der ANC war und auch geheimer Mitglied der Kommunistischen Partei gründete 1961 den bewaffneten Flügel des ANC unter KPSA namens Vesiswe oder auch MK genannt Der MK stellte sich der Weltöffentlichkeit kurz nach seiner Gründung mit 57 Bombenanschlägen an einem Tag vor Zu dieser Zeit engagierte sich Mandela viel im Ausland In anderen afrikanischen Ländern knüpfte er Kontakte mit kommunistischen Mitstreitern Er warb um politische Unterstützung und um finanzielle und militärische Mittel für den MK Während seines Auslandsaufenthaltes, auf dem Weg zu einem militärischen Ausbildungslager in Äthiopien traf er die ersten Guerillakämpfer seiner Organisation Unter seinen Ausbildern waren unter anderem auch Vertreter des israelischen Geheimdienst Delegationen des ANC und der KPSA reisten auch mehrfach nach Moskau um an internationalen Treffen kommunistischer Parteien teilzunehmen wo erstmals darüber diskutiert wurde, die westlich orientierte Region in Südafrika international zu isolieren und zu boykottieren Von der Sowjetunion wurden auch Waffen, Finanzierung und militärische Ausbildung gestellt Militärische Ausbildungslager wurden in Tansania, Sambia, Angola und Mosambik eröffnet Nelson Mandela wurde wegen Sabotage und Hochverrats für schuldig gesprochen und kam 1963 ins Gefängnis Amnesty International hatte ihm die Bezeichnung als politischer Gefangener verweigert weil er wegen Planung von Sabotageakten und Anstiftung zur Gewalt verurteilt worden war Somit ist Nelson Mandela als politischen Gefangenen zu bezeichnen falsch Abgesehen davon haben die vielen Millionen in den Zwangsarbeitslagern der Sowjetunion, Rotchina, Kuba und andere kommunistische Länder auch niemanden interessiert Man bot Mandela wiederholt die Freilassung an, wenn er auf den bewaffneten Kampf verzichten würde Diese lehnte er aber ab Seine Ehefrau und Nobelpreisträgerin Winnie Mandela führte seinen Kampf weiter fort Sie befürwortete öffentlich die brutalen Lynch-Morde durch Necklacing Necklacing ist eine Methode, bei der dem Opfer ein mit Benzin getränkter Autoreifen um Hals und Arme gehängt und dann angezündet wird Der Gummi schmilzt sich so ins Gewebe und man leidet für 20 Minuten bis man letztendlich stirbt Entführungen, Folterungen und Morde waren ihr nicht fremd Sie wurde für schuldig gesprochen, die Entführung an vier Jugendlichen angeordnet zu haben Ein 14-jähriger Junge wurde dabei ermordet, weil er unter Verdacht stand, sie verraten zu haben Dass die Apartheid eine menschenverachtende Ideologie ist, versteht sich wie gesagt von selbst Aber haben allen voran die UNO mit Rückendeckung der Massenmedien, Kirchen, Anti-Apartheid-Gruppen, Stiftungen, Institutionen und vielen anderen privaten Organisationen ein objektives Bild der Situation wiedergegeben? Der allmähliche Abbau der schwarzen Diskriminierung wurde von den internationalen Hetzkampagnen ignoriert Bis Mitte der 80er wurden in Südafrika viele Veränderungen vorgenommen Fast überall war die Rassentrennung bereits abgeschafft Es gab dieselbe Staatsangehörigkeit, das Mischenverbot war aufgehoben Schwarze bekamen das Recht auf freien Grundbesitz, durften in zentralen Geschäftsbezirken Firmen besitzen, gab ihnen die Möglichkeit politischer Mitmischung und hatten eigene demokratische Regierungen in ihren Homelands Der damalige Präsident Botha sagte, je mehr Reformen wir durchführen, umso mehr werden wir verdammt Je weiter wir uns von der Apartheid entfernen, desto wütender wird die internationale Kampagne gegen uns Es ist, als ob unsere Kritiker es nicht wollen, dass wir ordentliche Reformen durchführen Durch Propaganda wurde der Weltöffentlichkeit Südafrika als der Inbegriff rassistischer Unterdrückung und Ausbeutung hingestellt Die Gewalttätigkeiten und Terrorakte des ANC wurden der Weltöffentlichkeit als verzweifelte und notwendige Schritte einer Gruppe schwarzer Idealisten präsentiert Die UNE nannte den ANC formell zum authentischen Repräsentanten der überwiegenden Mehrheit der Völker und Winnie Mandela wurde als Mutter der Nation vorgestellt Die internationale Mobilisierungskampagne hatte selbst den politisch desinteressiertesten Bürger mit der Botschaft erreicht Zehn Länder der europäischen Gemeinschaft hatten ihren Botschafter zurückgeordert Wirtschaftliche Sanktionen und Boykotte wurden ausgehängt Südafrika war eine starke und unabhängige Regierung Dass die UNO seit ihrer Gründung nach dem Zweiten Weltkrieg nichts getan hat, außer die Souveränität der Nationalstaaten zu beseitigen, sollte sich inzwischen gezeigt haben 120 Unterausschüsse der UNO befassten sich mit antisüdafrikanischen Programmen Auch von der UNO wurde der ANC dann finanziell unterstützt Internationale Radiostationen strahlten täglich Propaganda gegen Südafrika aus Der UNO-Botschafter Südafrikas berichtete, dass zwei Drittel der Diskussionszeiten in der UNO vom Thema Südafrika beherrscht wurden Mehrere Millionen wurden jährlich für antisüdafrikanische Desinformation ausgegeben Ich zitiere den Botschafter, als er sagte Wenn sie bedenken, dass die Publikationen, Radioprogramme und TV-Filme in allen Sprachen der UNO übersetzt und in die ganze Welt ausgesandt werden, besonders überall an Schulen und Universitäten, dann sind das erschreckende Aussichten sich vorzustellen, dass weltweit eine ganze neue Generation mit einem völlig verzehrten Südafrika-Bild heranwächst Schade nur, dass diese Abscheu sich nur auf die Apartheid beschränkte und nicht auch die Massenmorde, Religionsverfolgung und Sklavenarbeit in den Gulags der Sowjetunion und anderer Länder mit einschloss Die amerikanische Ford-Stiftung stattte Teleseräume und Townships mit Büchern über die radikale Black-Power-Bewegung und die französische Revolution aus Die Ford und andere Stiftungen brachten über eine Million Dollar zur Verteidigung von Terroristen in Südafrika auf Die meisten Gelder flossen über den Weltkirchenrad nach Südafrika, obwohl diese von den Rockefellers stammten Doch auch die südafrikanischen Medien waren mit der Hetzkampagne gegen die eigene Regierung auf Linie mit der UNO Der größte Teil der südafrikanischen Presse, einschließlich der großen Buch- und Zeitschriftenverlage, gehörten dem Mammutkonzern von Anglo-American und wurden von Harry Oppenheimer kontrolliert Er hatte enge Beziehungen zu den führenden internationalistischen Einrichtungen in den Vereinigten Staaten Das heißt zum Council on Foreign Relations, der Trilateralen Kommission, sowie den Europäischen Bilderbergern und den Royal Institute of International Affairs in England Dreh- und Angelpunkt des Narrativs war das Massaker von Sharpwell Ein Protest, bei dem 1960 69 Demonstranten von der Polizei getötet wurden Bemerkenswert, dass wenn zum Beispiel unter den gleichen Voraussetzungen eine vergleichbare Zahl Palästinenser am Gazastreifen getötet werden, kein Fass aufgemacht wird Moralische Empörung ist eben nur dann gefragt, wo es gerade in die politische Agenda passt Nelson Mandela wurde 1990 nach 27 Jahren Haft und mehreren geheimen politischen Treffen aus dem Gefängnis freigelassen Nachdem unter dem scheinheiligen Vorwand des internationalen Kapitals sich von nun an für die Rassengleichheit einsetzen zu wollen, wurde Südafrika systematisch wirtschaftlich in die Ecke gedrängt Der IWF forderte von der weissen Regierung Mandela ein Angebot zu machen, welches so lautete wie folgt Mandela sollte den Einseh dazu bewegen, auf Gewalt zu verzichten auf staatliche Lenkung der Wirtschaft zu verzichten sowie die teilweise Kollektivierung von Monopolunternehmen, Banken und Bodenschätzen zu verzichten und darüber hinaus bereit sein, die Auslandsschulden des Apartheid-Regimes bei möglicher Machtübernahme anzuerkennen Dann würde die südafrikanische Regierung die Parteiverbote aufheben und ihn selbst aus der Haft entlassen Dieses Angebot nahm er an Bevor Mandela 1994 Präsident wurde, unterzeichnete er mit den übrigen ANC-Führern eine geheime Absichtserklärung mit dem IWF Im Falle der Machtübernahme waren marktwirtschaftliche Prinzipien zu garantieren, drastische Haushaltseinschnitte vorzunehmen hohe Zinsraten festzusetzen und dem internationalen kapitalfreien Zugang zu allen Bereichen der südafrikanischen Wirtschaft zu verschaffen Bereits in der Übergangsperiode von 1990 bis 1994 taten Mandela und seine Mitstreiter alles, um dem alten Regime, dem IWF und der Weltbank ihre Verlässlichkeit zu beweisen Sie engagierten einen Wirtschaftsprofessor und vereinbarten mit Gewerkschaften und der Regierung eine Arbeitsteilung Die dann 1991 ganz im Sinne des IWF die Einführung einer 10%igen Mehrwertsteuer ankündigte Die Empörung der schwarzen Bevölkerung schlug hoch Der ANC setzte sich an die Spitze eines Protestes von 3,5 Millionen Menschen und organisierte einen zweitägigen Generalstreik, um Dampf abzulassen Wartete dann ein paar Wochen tadellos ab und stimmte anschließend der neuen Steuer zu Es sollte aber nicht der einzige Betrug bleiben, der vor allem die ärmsten Teile der schwarzen Bevölkerung hart traf Fünf Monate vor den Wahlen übernahm ein Exekutiv-Übergangskomitee die Kontrolle über das südafrikanische Parlament Zusammen mit der alten weißen Regierung nahm der ANC ein Kredit von über 850 Millionen US-Dollar vom IWF entgegen Die Forderung zur Gewährung des Kredits umfasste die Beseitigung von Importzöllen, die Verringerung der Staatsausgaben, die Kürzung von Löhnen im öffentlichen Dienst und die Entscheidung, wer die Posten des Finanzministers und des Gouverneurs der Zentralbank besetzen darf Dies war also die medial verkaufte friedliche Versöhnung Diese kam allerdings in erster Linie dem alten Regime, dem internationalen Kapital und vor allem den führenden Mitgliedern des ANC selbst zugute Die Politik, die Mandela während seiner fünfjährigen Amtszeit als Präsident betrieb hatten nicht das Geringste mit den Versprechungen zu tun, die der ANC dem Volk vor seiner Wahl zum Präsidenten gegeben hatte Im Gegenteil, sie waren ein Schlag ins Gesicht Im öffentlichen Dienst wurden Stellen gestrichen und Gehälter gekürzt Pro Jahr gingen 1 bis 4 Prozent der Arbeitsplätze verloren Die Arbeitslosigkeit stieg nach Machtübernahme in den ersten zehn Jahren über 10 Prozent Das Durchschnittseinkommen der Armen Schicht fiel um 19 Prozent Auch die Ärmsten wurden gezwungen, Schuluniformen, Bücher, Schreibmaterial und den Transport zur Schule selbst zu bezahlen Noch schlimmer sah es im Gesundheitsbereich aus Viele Krankheiten breiteten sich schneller aus als in Zeiten der Apartheid Die Lebenserwartung sank um 13 Jahre Die soziale Ungleichheit innerhalb der schwarzen Bevölkerung nahm unaufhaltsam zu Der ANC wird heute von vielen als eine korrupte, achtlose und arrogante Partei einer gescheiterten Revolution gesehen Kritiker werden bedroht und verwarnt und der Informationsfluss beschränkt 2012 protestierten schwarze Minenarbeiter wegen Lohnbedingungen 36 davon wurden von der Polizei niedergemetzelt Zu Aktionären dieser Minen gehören auch einflussreiche schwarze Politiker des ANC Dieses Beispiel zeigt perfekt, dass es nicht um die Wahrheit geht, sondern um das Narrativ Denn die historische Funktion Nelson Mandelas bestand nicht, wie offiziell behauptet wird Darin die Rassentrennung abgeschafft zu haben Denn ihr Ende wäre 1990 auch ohne sein Zutun besiegelt gewesen Mandelas historische Rolle bestand darin Die Enteignung der herrschenden Schicht und die Vertreibung ausländischer Investoren verhindert Und damit die Interessen der schwarzen Mehrheit der Bevölkerung im entscheidenden Moment Den Interessen der alten herrschenden Clique und das mit ihnen verbündete internationalen Kapitals untergeordnet zu haben Genau das ist der Grund für die bis heute anhaltenden Lobeshymnen in den Medien Und aus dem Mund der konservativsten Vertreter von Wirtschaft und Politik Einschließlich der geschäftsführenden Direktorin des IWFs Untertitelung des IWFs Vielen Dank.